Internationale Tischtennis-Freundschaftswochen beim Ziel für den Unteraspach. Reinhard Schandricher, Ziel für den Unteraspach III Zweite-Kreisliga Mittleres-Paar-Kreuz. Mit einem Freundschaftsmatch gegen den Mac. Applaus 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 Oh, komm! Das sind Sportfreunde. Das sind Sportfreunde. Du musst die Platte verschieben, weil sie sich nicht woanders hinstellen können. Der Mensch, ein soziales Wesen. Rücksicht, die oberste Tugend. Und wo gibt's das? Im Sportverein nicht. Das sind 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 Sportverein nicht. Vielen Dank. 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 Thank you. Das war dein Sieg Punkt. Steinbecker. Okay.